Hi und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Daytrading Q&A Reihe. Ich habe wieder einige gute Fragen erhalten. Es sind insgesamt fünf Fragen, die ich in diesem Video gerne beantworten möchte. Starten wir mit Frage Nummer 1 und die lautet Kannst du erklären, was es bedeutet, wenn eine Aktie angehalten wird und was das für Auswirkungen haben kann, wenn ich eine Position halte? Ein Trading Hold, das ist der englische Begriff und dieser steht für die Aussetzung des Handels. Es ist eine Maßnahme der Geschäftsführung einer Börse, die dem Börsenhandel mit Handelsobjekten allgemein oder einem bestimmten Handelsobjekt für einen unbestimmten Zeitraum untersagt. Das ist die Definition. Es gibt verschiedene Arten von Trading Holds. Die gängigen sind T1, T2, T3, T12, LUDP und M. Das sind die Kürzel. Was bedeutet T1 Hold? Fangen wir damit an. Das bedeutet, der Handel wird angehalten, bis wichtige Nachrichten veröffentlicht werden. Wenn aus T1 T2 wird, bedeutet dies, dass die Aktie immer noch angehalten ist und dass alle Nachrichten, die die Aktiensperre erzwungen haben, den Prozess der Verbreitung eingeleitet haben. Jetzt stellt sich die Frage, warum nicht einfach wieder mit der Aktie handeln, sobald die Nachrichten veröffentlicht werden. Die Nasdaq will möglichst vielen Tradern die Möglichkeit geben, die Neuigkeit zu erfahren, sich ein Bild über die Nachricht zu machen und das Ganze zu verdauen. Wenn die Nachricht dann vollständig verbreitet ist, wird aus dem T2 Hold ein T3. Es wird dann der Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier zum Handel freigegeben wird, angezeigt. Bei einem T12 Hold fordert die Nasdaq mehr Informationen. Das ist normalerweise der Fall, wenn die Aktie wie verrückt läuft und es keine Erklärung dafür gibt. Also nicht mal Nachrichten veröffentlicht wurden, die damit einhergehen, sodass die SEC, die US-Börsenaufsichtsbehörde, oft einspringt und den Aktienhandel stoppt, da die Aktie ohne Grund wie verrückt läuft. In dieser Situation brauchen die Trader, die eine Position halten, die Gnade des Marktes. Das ist die Natur der Dinge und das ist das Risiko, das uns klar sein muss. Wir müssen wissen, dass das manchmal passieren kann und wir müssen damit umgehen. Sei also vorsichtig, wenn du eine Momentum-Aktie tradest, bei der viel los ist, ohne dass Nachrichten bekannt sind. Ein T12 Hold kann passieren. Ich habe das Ganze selbst mal in einer Aktie gesehen, wenn Aktien von einem T12 Hold zurückgekommen sind, die um bis zu 70 bis 80% zurückgefallen sind. Und wenn du long investiert bist, kann dich das ruinieren. Kommen wir jetzt zu den letzten zwei Kürzeln, die Holds M und LUDP. Und diese kommen zum Einsatz, wenn zu starke Volatilität im Ticker herrscht. Kommen wir zur nächsten Frage und die lautet, meine Frage bezieht sich auf Market Makers, Algos und High Frequency Threads. Wie unterscheiden sich ihre beruflichen Verantwortungen, weil viele Menschen diese Begriffe konvertibel verwenden. Eins vorweg, ich bin kein Market Maker und benutze keine Algos oder HFTs. Kurz und knapp, Market Maker haben eine bestimmte Aufgabe. Sie sorgen für ausreichende Liquidität und somit die Funktionsfähigkeit der Börse. Sie schaffen einen Markt. Sie sind Liquiditätsprovider. Aber ich sehe das Ganze so, sie sind im Grunde genommen dazu da, um Geld von Tradern wie uns zu nehmen und sich damit ihre Taschen vollzustopfen. Es ist nicht wichtig zu wissen, was per Definition ein High Frequency Trader oder Algos sind. Es ist nur wichtig zu wissen, wann man lieber die Füße stillhalten sollte. Man sollte vorsichtig sein, wenn das Volumen zurückgeht. Das ist im Wesentlichen die Zeit, in der Algos Stops ziehen. Im Wesentlichen ist es die Mittagszeit. Zu dieser Zeit sollte man überhaupt nicht traden. Richtig oder falsch, die meisten Trader sind nicht profitabel, da sie keine Setups traden, die ihnen einen Vorteil verschaffen. Thema Trading Edge. Dazu kann ich nur sagen, richtig und falsch, beides. Trader versagen, weil sie ihre Emotionen nicht in Schach halten können. Wenn du kein Setup hast, das dir einen Edge verschafft, wirst du nicht weit kommen. Du bist bereits fertig, bevor du überhaupt angefangen hast. Aber es gibt genug Trader, die über ein breites Spektrum von sehr guten Setups verfügen, aber sie können ihre Emotionen nicht kontrollieren. Es ist ein zweistufiger Prozess. Der erste Schritt besteht darin, den eigenen Handelsstil zu finden und ein Setup, das zu dir passt. Ich habe zum Beispiel elf verschiedene Setups, die ich profitabel trade. Trotzdem habe ich im Laufe der Zeit meine Lieblingssetups gefunden, die ich sehr gerne und täglich trade. Jeder Trader muss für sich selbst wissen, welche Setups für einen persönlich am besten funktionieren. Und diesen wichtigen Schritt, den kannst nur du gehen. Diese Arbeit kann dir kein Trading Coach abnehmen. Vergleiche dein Trading mit jetzt und dem Zeitpunkt, als du angefangen hast. Was hat sich geändert? Was hat sich geändert? Ganz klar meine Screen Time. Ich schaue mir für gewöhnlich ungefähr 300 bis 500 Aktien pro Abend an. 500 Aktien pro Abend sind roundabout 100.000 Aktien Charts pro Jahr. Fakt ist, und da müssen wir nicht drum herum reden, du kommst nicht an der nötigen Arbeit vorbei. Wenn du nur 50 bis 100 Aktien Charts pro Abend screenst, dann ist es sehr schwierig gegenüber den anderen, die viel weiter sind als du, aufzuholen. Du kommst nicht an der nötigen Arbeit vorbei. Am Ende ist die Arbeit die Arbeit und die muss gemacht werden. Man kann einen finanziellen Vorteil haben, einen Vorteil durch Erfahrung oder einen durch Arbeitsmoral. Harte Arbeit zahlt sich aus. Wenn du gegen jemanden antrittst, der schlauer ist als du, der mehr Erfahrung hat als du und mehr Geld hat, ist die einzige Möglichkeit im Spiel zu bleiben, seine Hausaufgaben zu machen und jeden Tag Aktien Charts zu analysieren. Beim Aktienscreening geht es nicht nur darum, Aktien zu finden, sondern auch deine Augen und den Kopf zu trainieren, die richtigen Chart-Setups im Kopf abzuspeichern und zu wissen, das ist ein Aktienchart, der sich lohnt, ein Auge drauf zu haben. Es geht um Wiederholungen. Wenn du diese große Menge an Charts jeden Tag durchgehst, trainierst du dein Gehirn. Du fängst an, dir die verschiedenen Muster und Chart-Konstellationen zu merken und weißt, wie du dich in jeder Chart-Situation und Marktsituation zu verhalten hast. Du entwickelst ein Gefühl für die Märkte, ein Marktverständnis. Kommen wir jetzt zur letzten, fünften Frage und die lautet, was bedeuten Liquiditätsprobleme in Aktien und wie muss man damit umgehen? Bei Liquiditätsproblemen handelt es sich im Wesentlichen um Volumenprobleme. Wenn das Volumen nicht vorhanden ist und die Aktie auf Widerstand oder Unterstützung läuft, spielt es keine Rolle, ob du den Wert an diesen Zonen tradest, da niemand die Aktie handelt. Die Kerzen bewegen sich auf der Grundlage der Personen, die hin und her kaufen und verkaufen. Wenn es keine Personen gibt, die kaufen und verkaufen, spielt es keine Rolle, ob die Aktie auf Unterstützung oder Widerstand stößt. Sie wird sich nicht bewegen. Es wird nicht die Price Action stattfinden, die man an diesen Zonen erwartet. Niedriges Volumen deutet darauf hin, dass es schwieriger ist, die Aktien zu lesen. Des Weiteren haben sie mehr Slippage. Merke, je größer die Liquiditätsschwankungen eines zugrunde liegenden Basiswerts, desto volatiler ist der Basiswert und dementsprechend auch der Spread größer. So kannst du buchstäblich mit einem Augenzwinkern einen Gewinn in einen Verlust verwandeln. Und das allein nur durch den Spread. Und deshalb habe ich eine Richtschnur. Ich trade grundsätzlich nur Aktien mit einem Volumen von mindestens 250.000 Aktien. Also wie kann man das Ganze umgehen oder vermeiden? Trade einfach keine Aktien, die niedriges Volumen haben. Zu diesem Thema habe ich auch schon sehr detaillierte Videos gemacht. Die Videos lauten Aktien-Screening und Orderbuch-Grundlagen im Trading. Die Links, die setze ich dir unten in die Videobeschreibung. Das war es mit diesem Video. Ich wünsche dir alles Gute und wie immer good trading.